Hello und willkommen zu einem kleinen Crashkurs, der Weg eines Aktivkontos, damit wir verstehen, wie genau wird eigentlich hinter den Kulissen das Ganze verbucht. Alles beginnt ja immer mit der Eröffnungsbilanz. Die könnte so aussehen und was wir dann immer machen ist, beispielsweise wir schauen jetzt mal auf dieses Bankkonto und dann wird das eben eröffnet. Eröffnet heißt, ich habe hier ein Aktivkonto und ich nehme die 15.000 Euro aus der Eröffnungsbilanz und schreibe die in Soll als Anfangsbestand, denn ein Aktivkonto hat den Anfangsbestand im Soll. Wir schauen uns jetzt aber genau an, wie das Ganze abläuft und warum das eigentlich im Soll landet. Der Weg des Bankkontos in diesem Falle. Wir schauen uns das erste Geschäftsjahr nach der Gründung des Unternehmens an. Also wir beginnen von ganz, ganz vorne. Wir nehmen uns dieses Bankkonto her und das erste, was passiert, der Unternehmer zahlt jetzt hier 20.000 Euro auf dieses Konto ein. Also steigt das Konto im Sollbereich an um 20.000 Euro. Dann hebt der Unternehmer 3.000 Euro Bargeld ab. Die werden im Haben verbucht, weil er ein Bankkonto oder ein Aktivkonto im Haben abnimmt. Danach bezahlt er eine Rechnung in Höhe von 9.000 Euro. Dann geht das ebenfalls im Haben, wird das verbucht und wird weniger. Und dann überweist uns noch ein Kunde 2.000 Euro. So, die werden wiederum im Soll verbucht. Das ist so das Typische, was auf einem Bankkonto passiert. Es gibt Zugänge und Abgänge. Und dann wird eben am Ende vom Geschäftsjahr, hier ist es das erste Geschäftsjahr, das Ganze abgeschlossen. Und ich erhalte einen Schlussbestand in Höhe von 10.000 Euro. Das heißt, in diesem Fall jetzt ist am Ende vom Geschäftsjahr sind noch 10.000 Euro auf meinem Bankkonto verbucht. Und dieser Schlussbestand geht jetzt an mein Schlussbilanzkonto Jahr 1. Das heißt, es wird jetzt ein Schlussbilanzkonto mit allen Aktiv- und Passivkonten erstellt. Und jetzt wird eben ganz normal immer Soll an Haben gebucht. Das ist ganz wichtig. Das heißt, hier habe ich im Haben-Bereich den Schlussbestand von meinem Bankkonto. Also verbuche ich den im Soll und notiere mir auf dem Schlussbilanzkonto meine Bank mit 10.000 Euro. Damit ich weiß, am Ende vom Geschäftsjahr habe ich noch 10.000 Euro auf meinem Bankkonto verbucht. Das ist also jetzt das erste Geschäftsjahr zu Ende. Ich habe diese Ausgangssituation. Und was passiert jetzt, wenn ich diese 10.000 Euro auf dem Schlussbilanzkonto im Jahr 1 habe? Jetzt beginnt natürlich das zweite Geschäftsjahr. Und für das zweite Geschäftsjahr muss ich jetzt schauen, was passiert als nächstes. Da habe ich jetzt ein Eröffnungsbilanzkonto für Jahr 2. Das heißt, ich nehme jetzt diese 10.000 Euro, die ich am Ende vom ersten Geschäftsjahr habe und werfe die auf mein Eröffnungsbilanzkonto von Jahr 2. Und da die im Schlussbilanzkonto im Soll stehen, landen die beim Eröffnungsbilanzkonto im Haben. Weil wir buchen ja immer Soll an Haben. Also brauche ich dieses Eröffnungsbilanzkonto vom zweiten Jahr. Und da ist es jetzt, dass es spiegelverkehrt, das heißt, diese 10.000 Euro gehen von Soll im Schlussbilanzkonto ans Haben im Eröffnungsbilanzkonto. Und jetzt kann ich im zweiten Jahr, brauche ich ja wieder das Bankkonto, also wird das wieder eröffnet. Und jetzt habe ich Eröffnungsbilanzkonto im Haben 10.000 Euro und die gehen jetzt ins Soll als Anfangsbestand für das zweite Jahr. Und ich habe wieder die gleiche Ausgangssituation. Jetzt habe ich wieder ein Bankkonto mit einem Anfangsbestand von 10.000 Euro. Und kann hier wieder meine Zugänge fürs zweite Jahr notieren und parallel die Abgänge vom zweiten Jahr. Und erhalte dann am Schluss wieder einen Schlussbestand, diesmal fürs zweite Jahr. Und dann geht es wieder von vorne los. Dann landet das wieder im Schlussbilanzkonto und wird dort notiert und geht dann wieder über unser Eröffnungsbilanzkonto von Jahr 3. Das heißt, wir schauen hier nochmal die Übersicht an von jedem Aktivkonto. Das läuft bei allen so. Ich habe das Aktivkonto, ich notiere mir den Anfangsbestand, habe dann Zugänge, habe Abgänge, habe am Schluss dann eben den Schlussbestand. Der geht ans Schlussbilanzkonto von beispielsweise Jahr 1, wird dort im Soll notiert. Dann geht es mit Soll an Haben ans Eröffnungsbilanzkonto vom nächsten Jahr, also von Jahr 2. Dort dann im Haben notieren und dann geht es wieder ins neue Jahr. Da brauche ich wieder dieses Aktivkonto und dort notiere ich dann das Ganze, diesen Schlussbestand wieder als Anfangsbestand vom neuen Jahr. Und das ist der ganze Trick. Und diese Schlussbilanz, die erstellt wird, ist nur eine Übersicht für Lieferanten, für Aktionäre und so weiter. Das heißt, es hat mit dem Buchen nichts zu tun, die Schlussbilanz. Das ist nur die Übersicht. Und das war es auch schon. Nächste Woche gibt es das nächste Video. Hier oben ist der Weg des Passivkontos auch noch, wenn es euch interessiert. Zudem meine Playlist mit allen anderen wichtigen Infos zum externen Rechnungswesen. Feedback gerne in die Kommentare und natürlich viel, viel Erfolg beim Lernen.